Hallo, mein Name ist Gamero und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Witness. Jo, wir sind hier angekommen und es sieht so schön aus. Den Photonenstrahl haben wir schon gemacht. Jetzt gucken wir mal dieses Rätsel an. Das hatten wir eben schon gesehen. Ich denke mal, dass genau das Kabel führt da hinten hin, der Schlauch. Und dann wieder weiter runter und macht das Ding an. Alles klar. Ja, dann gucken wir mal, wie dieses Rätsel vonstatten geht. Das wird nicht so einfach sein. Okay, das ist nicht so einfach, wie es vielleicht aussah. Hm. Ja, ich habe das Gefühl, dass wir hier auch irgendwas in der Umgebung sehen müssen. Hm, hm, hm. Sieht man hier irgendwas? Also ich sehe jetzt spontan gar nichts. Oben irgendwas. Nicht, dass ich wüsste. Hier ist eine offene Tür. Warten, war das schon gelöst? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Ich glaube, das werde ich jetzt erstmal nicht lösen. Das Rätsel, ich habe keine Ahnung. Ähm. Schauen wir uns einfach nochmal um, um vielleicht noch ein nettes Rätsel zu finden, was wir lösen können. Ich bin mal gespannt. Hm. Oh, schön hier. Guckt euch das mal an. Ah, wundervoll. Was ist das hier? Ach, hier kann man das einfach mal öffnen. Hübsch. Nur, dass wir hier nicht weiter können. Ja, alles klar. Da müssen wir anscheinend noch was machen. Ach, hier vielleicht. So, da ist die nächste Tür offen. Oh, gehen wir einfach mal rein. Sieht doch ganz hübsch aus hier. Wenn die Rätsel so bleiben, dann bin ich auf jeden Fall froh. Froh und glücklich. Ähm. Okay. Ach, da komme ich gar nicht durch. Warum komme ich da nicht durch? So kann ich das nicht machen. Da komme ich nicht durch. Ach, könnte es daran liegen, dass ich es nicht einsehen kann? Tatsache. Okay, ich verstehe. Ich kann es nicht einsehen. Das ist ja... Das ist ja wild. Und wenn ich es nicht einsehen kann, dann kann ich auch nicht weitermachen. Okay. Das heißt, ich muss mich so drehen, dass ich das Ende und den Anfang sehen kann. Zum Beispiel so. Und dann dürfte es durch sein. Dann ist dieses eine Kabel... Was passiert jetzt? Was ist passiert? Diese Tür geht auf. Und auf der anderen Seite ist diese Tür. Können wir beides öffnen? Was ist, wenn ich jetzt dumm mache? Ein Moment. Vielleicht... Hier ist ein Rätsel. Da können wir nicht durch, ne? Vielleicht können wir da einfach durchsehen und das so lösen. Ich habe das Rätsel aber schon mal gesehen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, woher ich das kenne. Puh, das ist nicht leicht. Nicht leicht, diese Rätsel. Muss ich leider sagen. Und hier könnte ich wahrscheinlich auch eins öffnen. So, von wo sehe ich denn das andere Ende? So, da ist der Anfang, den ich jetzt genutzt habe. Da ist der Anfang... ...den ich benutzen müsste. Bedeutet... ...ne, Blödsinn. Ich muss von hier anfangen. So muss ich anfangen. So. Dann schließe ich natürlich das hier jetzt wieder, ne? Ja. Da dachte ich mir. Und öffnet sich das. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, was in diesem Rätsel so ist. Und ob wir da vielleicht sogar rein können. Können wir da rein? Scheint nicht... ...doch hier ist. Okay. Ich bin am überlegen, ob das vielleicht... ...das Rätsel von gegenüber sein könnte. Das ist echt nicht leicht. Freunde der Nacht, ähm. Das ist wirklich nicht leicht. Na, ich überlege erst mal noch und gucken einfach mal weiter, was denn so alles möglich ist. Ich möchte euch in dieser Folge auf jeden Fall erst mal ein bisschen was zeigen. Und, ähm... ...weil ich so eine Vermutung habe, ähm... ...ähm... ...es könnte nämlich sein, dass dies die letzte Folge sein wird, äh, von The Witness. Ich muss sagen, mir macht das ganz schön viel Spaß, das Spiel und, äh, es ist irgendwie witzig, äh, zu knobeln. Aber ich habe das Gefühl eben, äh, was ich auch schon in der letzten Folge gesagt habe. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass das Format für YouTube ist. Ähm, manche Rätsel werden in der Zukunft, in den nächsten Episoden nicht unbedingt... ...und 20 Minuten, äh, lösbar sein. Und, ähm, manchmal fehlt mir dann auch tatsächlich während der Aufnahme die Konzentration, sodass ich tatsächlich nicht alles lösen kann. Und ich würde gerne viel und alles lösen. Und, ähm... Ja, manchmal ist das ein bisschen, ähm, schade. Und deswegen, ähm, überlege ich, denke und denke ich drüber nach, ähm, dass ich dann eben an dieser Stelle dann auch das Projekt beende. Ich weiß nicht, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ob, äh, ihr das Projekt weitersehen wollt oder, ähm, ob es dann auch reicht, dass ihr, ob ihr euch, äh, ein gutes Bild von dem Spiel gemacht habt und, ähm, ja, ob ihr damit auch zufrieden seid. Oder ob ich noch weiterspielen soll. Also mir ist das eigentlich egal. Nur habe ich irgendwie auch, ähm, ja, das blöde Gefühl bzw. die Angst, dass ich dann eben, ähm, auch Videos raushaue, wo ich ein Rätsel mal nicht komplett löse. Oder grundsätzlich keine Rätsel löse, sondern einfach nur, ähm, ja, rumlaufe und knobel. Und deswegen, ähm, seid ihr jetzt gefragt, wollt ihr das Projekt weitersehen? Auch wenn es mal so ist, dass, äh, ein paar Rätsel nicht gelöst werden oder, äh, ist jetzt an dieser Stelle dann auch gut, weil, ähm, ich werde definitiv auf Dauer mega Probleme haben. Das kann, das weiß ich, das kann ich euch versprechen. Hier ist übrigens, ähm, ja, hier sind wir in der Wüste und ich habe so das blöde und dumpfe Gefühl, ähm, dass hier so ein kleines Rätsel mit der Sonne ist. Oder, Moment, das könnte auch tatsächlich, ja, das ist ein Sonnenrätsel, das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das sieht auch so aus, als würde hier, ja, das ist ein Rätsel, guckt euch das an. Hier ist ein Punkt, so ein Startpunkt, da oben ist ein Startpunkt und an den Seiten da vorne sind die Enden. Also ich zeige euch das nochmal hier. Hier sind die Enden, wo man, äh, hinfahren könnte und so. Und da ist auch so eins, da, ähm, ich glaube, das ist irgendwie so ein gesamtheitliches Bildchen. Schauen wir mal von hier. Sieht das nach einem Rätsel aus, was wir irgendwo kennen? Ich glaube nicht, ne? Zumindest wüsste ich es jetzt nicht. Können wir noch irgendwo höher schauen? Vielleicht hier? So. Hm. Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Rätsel aus, was wir bereits kennen. Also zumindest wüsste ich es jetzt nicht spontan. Naja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, also ich würde dann, glaube ich, auch das Projekt dann an dieser Stelle dann auch beenden. Einfach, ja. Ich denke mal, es ist dann auch an der Zeit. Aber ich, ich habe irgendwie, ich weiß nicht. Also es könnte sein, dass es dann irgendwie, äh, einfach, ja, zu langweilig ist dann, wenn ich dann irgendwie, äh, eine Stunde rumrätsel an einem Rätsel oder, ne, versuche das zu lösen. Und, äh, ich das dann auf fünf Parts verstaue. Moment. Was sieht mir aus? Von wo kommt das Licht? Also hier sieht es mir aus, als wäre das eine vorgegebene Lösung. Gibt's das hier auch? Tatsache, guckt euch das mal an. Ach, du Schande. Okay. Das heißt, wir müssen hier... Ach, du Scheiße. Hätte ich das jetzt nicht zufällig gesehen, wäre ich da nie drauf gekommen, Leute. Ehrlich nicht. Das heißt, wahrscheinlich... Biss mal so. Nein. Ach, Leute. Euer Ernst? Das kann nicht wahr sein. So. Okay. Dann fängt das hier an. Und wir müssen da hinten raus. Ach, das war falsch? Okay. Das war anscheinend falsch. So, machen wir nochmal. So, jetzt gucken wir uns das nochmal genauer an. So, es kann ja natürlich sein, dass es an irgendeiner Stelle, dass ich da rein muss. Aber wie soll ich das sehen? Aber wie soll ich das sehen? Kann ich das irgendwie vielleicht verschieben? Guckt euch das an. Ich kann es verschieben. Ach, herrje. So, jetzt von hier gucken? Nee, von da gucken am besten. Nee. Noch von da gucken. Spiegelt sich das mal? Da. Okay. Das heißt... Scheiße. So, hier nochmal. So. Es kommt von der Mitte nach da und dann dahin. Es kommt von der Mitte. Ah, da hat es. Ah, da muss ich anfangen. Das heißt, ich muss da. Da. So. So, jetzt kann ich es. Da. Da. So. Die Steuerung ist manchmal ein bisschen ekelhaft. So. Dann hätten wir das gelöst. Das Kabel geht... Schätze ich mal zu dem, ne? Nein, zu dem da oben. Ach, du Schande. Okay, das muss einfach hier runter. Oh mein Gott. So. Aber hier sehe ich nichts. Sich spiegeln. Da schon. Doch da. So, dann ist das gelöst. Ach, du Scheiße. Auf sowas muss man erst mal kommen. Ganz ehrlich, Leute. Auf sowas muss man erst mal kommen. Weiß nicht, was bringt mir das jetzt, wenn ich hier oben hingehe? Kann ich das dann besser lösen? Ganz sicher die Spiegelung nicht mehr. Ähm. Die sehe ich so schon nicht teilweise. So. Hier ist keine Spiegelung, Spiegelung. Spiegel ein, Spiegel ein, Spiegel ein. Komm, ich bitte dich. Hier ist, hier war die Spiegelung. es muss sich doch immer da okay scheint von da anzufangen dadurch okay jetzt hätten wir das gelöst mal gucken ob sich da hier irgendwas spiegelt ja ach du scheiße das ist nicht euer ernst es ist nicht euer ernst so jetzt gucken wir mal hier doch irgendwie wann spiegelt sich das nicht dass ich es verpasse das ist halt so die schwierigkeit ich könnte es natürlich auch verpassen an die spiegelung in irgendeiner seite ich glaube nämlich das ist somit das gemeinste ach du scheiße wenn man darauf auch noch achten müsste oder muss ist das ganz schön mies das ist ganz schön mies ja so langsam dürfte es eigentlich mal passieren da habe ich ihm was vergessen dadurch dass es so langsam ist habe ich das gefühl ich muss da irgendwo oben hin naja ich gehe davon aus dass ich ja dass ich da nach oben irgendwo muss gehen wir mal kurz ich denke mal dass ich hier hoch kann ja ach du schande von hier vielleicht irgendwie oh mein gott spiegelt sich das von hier auch nicht ja okay es dreht sich total langsam dann müssen wir irgendwo die stelle finden wo es sich spiegeln könnte wie kann ich jetzt wieder runter hallo wo waren die treppe verdammt hier okay dann müssen wir jetzt schnell sein jetzt bin ich gespannt das wird des rätsels lösung sein ich gehe mal ganz nach oben einfach vorsichtshalber kann auf jeden fall nicht schaden hier nehmen irgendwo hier wird auf jeden fall eine spiegelung gleich stattfinden denke ich wo ist die sonne müsste eigentlich genau drauf scheinen ja ok so so das dürfte es gewesen sein damit wäre das rätsel auch auf jeden fall gelöst ach du scheiße ja und was hat uns das jetzt gebracht also das hat jetzt uns das gebracht dass wir war das überhaupt richtig ja hier ist nämlich noch so ein so ein ding das führt zu diesem ach du scheiße zu diesem rätsel meine freunde nicht schlecht nicht schlecht und hier seht ihr natürlich auch wieder eine spiegelung und das müssen wir öffnen und hier sehen wir ja wahrscheinlich können wir damit dann drehen ja ich würde sagen dieses rätsel machen wir je nachdem was die kommentare so sagen ob wir ob ihr eine fortsetzung des projektes haben wollt oder eben auch nicht ja dieses rätsel lösen wir dann in der nächsten folge je nachdem wie gesagt was die kommentare aussagen und ich freue mich auf die kommentare und freue mich auf eure meinung was denn so sache ist mit the witness und wie wir weiter fortfahren werden und ich bin extrem gespannt ich hoffe dass ihr trotzdem noch bewertet dass ihr eine bewertung da lasst dass ihr mich trotzdem abonniert ich habe nämlich auch noch weitere projekte und werde auch weitere projekte machen und eventuell geht es ja mit the witness weiter mal gucken was wir so machen ich bin gespannt und herzlichen dank dass ihr zugeschaut habt macht es gut ciao und herzlichen Dank